fangne hey du bist mit robert in dem team aber holt ist nie da das ist sonntags glück gehabt ja ja max ja es war gut ausgerollt ist der blick brett hier drin junge wer macht das wer ist da gerade mit masturbieren darf fragen muss ich mir schrocken weiter max was machst du da warum überholst du ja ich war ja genau das ist aber dann muss ich wohl kurz ein fahren lassen aber ich mag es vor mir ab bin ich immer so unsicher naja das reicht definitiv nicht für windschatten die reizigen viel zu tief in die kurve rein kack Das war ein Satz, Max, Alter. Man versucht, sich aus dem Windschatten zu kriegen. Junge, wer ist das? Kevin, legst du noch eine Stille hinterher? Nein? Nein, okay. Oder? Doch. Ja, komm. Kriegst du Windschatten? Nein! Drehen! Jetzt kannst du direkt dreh ihn. Ja, es gibt nun mal ordentlich drei Zehensel, Alter. Ja, es gibt zwei Zehensel, Alter. Ja. 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 Oh, Junge, 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 Junge. Haha, Lohi, hast du gedacht, was? Oh. Oh. Ah. Ah. Oh, hinter Ruben, Demütigung. Der bekommt das dann wieder im Stream ab. War heute noch okay rum? Wird ja nix hören. Ne, ich muss nochmal rausfahren. Alles gut, Dirk, ich bin in der Outlab. Das geht nicht. Fährst du noch eine schnelle, Dirk, oder? Ne, ich versuche das, damit ich mit dem Sprit hier hinkomme, deswegen fahr ich so langsam. Achso, okay, dann fahr ich ein bisschen zügiger, okay. Ja. Ja. Digga, der Dirk, der macht da den gelben Sektor schon wieder, ne? Mann, 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 Mann. Brauchst du da, Jani? Kannst du da ignorieren. Ja. Aber nicht nur er. Ja. 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 Alles was bei einer hat. Ja gut, musst du ja nicht mitfahren? Nee, er wollte nicht mehr. Hat das zu lange dauert jetzt? Ja. Ja, da hat sich der Dirk noch vorgedrängelt. So muss jetzt traben bis zur Box? Ja. Boah. Fuck, ich hätte vier Zehntel vorauskriegen können. Mann, Alter. Ich hasse mein Leben. Warum so? Ich wollte Platz machen für Lohi. Ich dachte, er zieht rechts vorbei. Ich gehe nach links. Lohi wollte links vorbei. Hi. Sorry, Lohi. Ja, ja. Ja. Tut mir leid. Ich hab zu spät gesehen, dass du da bist. Ich hab zu spät gesehen, dass du da bist. Damals wieder. Ach, Junge. Entschuldigung, Lohi. Sorry, Lohi. Lohi, dieses Jahr ist nicht dein Jahr. Aber Lohi denkt grad, es ist nur ein Spiel. Ey, der Junge tut mir so leid. Das war echt nicht beabsichtigt. Dass er da nicht ausgerastet ist, ne? Innerlich wahrscheinlich schon. Da will ich mich noch erwürgen, aber... Sei froh, dass der Dings nicht... Achso, ich muss ja... Du willst mich nicht sehen, gerade. Gier kommt auch von seiner Hotlab endlich rein. Ja. Wir klauen wieder ordentlich Sprit verblasen. Extra. Extra Sprit. Ja. In welcher Liga war das denn? Dass man nur bis zur letzten Kurve stottern darf. In... in der... in Lab. Sonst gibt's eine Strafe irgendwie sowas. War doch irgendwo. Ja, es gibt da genügend liegen, die das so machen, dass du nicht mit... geringen Treibstoff, äh... in die... in die Box schleichen darfst. Ist auch schossen. Ja. Wo du quasi immer einen... für eine Runde mehr Sprit dabei haben musst. Genau. Gibt's da genügend, die das machen. Ja. Ja. Irgendwo... 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 Weiß ich nicht. Ja. 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 Die. Ja. Ja, ich bin so wichtig das jetzt. Ja. 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 N-n-n-n-n Oh, jimannomai Das war's. Nein, Mann! Nein, Mann! Fünf Minuten. Nee, für dich nur drei hier. Ja. Für dich gar keine Pause. Für dich eigentlich ja keine, ja. Hm? Da gehst du das Lenkrad nie. Junge, ich starte einfach vom Letzten und fertig. Würde ich eh tun. Du hast einen Dick? A small. Komm her. Du hast einen kleinen Stick. Sticky. Das ist kleiner Sticky. Er bietet nicht Fisch und Chips an, er bietet Fisch und Sticks an. Widerlich. Machen wir gleich Pause oder fahren wir direkt? Fünf Minuten Pause. Fünf Minuten. Okay, also keine Zehn. Wie sonst. Ach, leck mich am Arsch. Nee, will keiner mehr. Ich verzichte. Mit Honig eingecremt. Kritisch. Ich hab so gut geschlafen wie noch nie zuvor. Ich weiß schon, dass Max mir gleich eine Bildschirmübertragung anmacht. Ahhhh. Lass mal. Guck einfach streamen und gib Liebe. Ja, aber wahrscheinlich guck ich in den Stream, Alter. Lass ab. Ja, wie soll ich das denn ausführen? Guck, nacht. Genau, genau. Da hat der Hadi sich jetzt noch dazwischen getrainet, he? Na klar, mein Freund. Nee, ich hab Hadi überholt. Dadurch ist der ins Tiefe gerutscht. Nee, dadurch bin ich nämlich auf den Zehnten gerutscht. Ich find die 5-Plätze-Gridschraf ist echt unberechtigt. Das hat damit nichts zu tun, ja. Aber ich seh mich eigentlich auch bei Dirk, dass der eine Scherp... Naja, vor mir, ja, na klar. Aber so war ich auf dem 9., weißt du? Also, eh, da muss man das bisschen gut sein. Der Luke kann, glaube ich. Tom, lass mal bei mir, ich werd eh in der ersten Runde raus sein, so wie ich mich kenne, momentan. Da seh ich dich eigentlich. In der ersten Kurve. Was hörst du denn nicht mit, Tom? Naja, ich bin eh normalerweise nicht gesetzt für Sonntags. Naja, aber als Ersatzfahrer hättest du da mitfahren können. Hä, na klar warst du gesetzt und Sonntags. Ich hab' dir doch vorhin schon gesagt. Ja, es ist aber eigentlich, dass ich Montags und Samstags mitfahre nur. Und nicht Sonntags und Dienstags und Donnerstags und Mittwoch und Freitag. Boah, Dirk, das war aber ein Mühe, was ich vor dir war. Ja? Ein tausendstel oder was? Ne, äh, zwölftausendstel. Das ist noch nicht mal ein Wimpernschlag. Ach, aber, du. Das war einmal, ja, obwohl doch, das war ein 0,0001 Kilogramm Sprit, die ich weniger hatte. Ja, genau. Kevin mit, ähm, Mediums oder? Ne man, ich wollte mit Mediums probieren. Ach so. Also, geh' ich schnell in den Rauchen. Nicht drücken. Ja, willst du nicht drücken, ey. Oh, Plus5 Position, was hast du gemacht? Ach so, ah, Max, ja. Okay. Plus5 Position nach hinten, Alter. Digga, ich starte einfach auf 18. Oh, aber trotzdem, guck mal, alle nah beieinander, ey. Ja, jetzt ja, aber gleich nie mehr, wenn wir in der Startaufstellung stehen. Wir machen das ja auch nur zum ersten Mal. Ist ja nicht immer, dass wir das so machen. Unglaublich. Ja, schare mir mal 10 Minuten. 5 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 Ich sehe schon, es drückt sowieso jetzt einer. Oh ja, ne klassische 1-Top würde ich hier vorschlagen, ne? Ja. Nee. Ah, hier kommt sowieso Safety Castle. Klar, hier kommt eh zu einer Pro. Hier kommt eh 13. Hier haben sie alle mal Höhenflügel. Ja. Zeigen nicht gut. Drei Stopp. Einen Stopp kannst du hier gar nicht fahren. Also an sich schon, wenn man frische Mediums hat und hart, aber das ist, ne, harten sind kacke hier. Jungs, sieben Stopp. Ja. Damit kommst du als erstes an das Ziel. Ich mach ne 40 Stopp. In der Flow. Oh, gut. Franz war nur 27 Euro und so, aber ich mach ne 40 Stopp. Krieg ich schon irgendwie hin. Ach ja. So, jetzt wieder aufzeichnen. Videoclip gespeichert. Nö, 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 nö. Siehsche, siehsche. Was hast du Angst? Was? Wissing? Ah, fest mit Controller? Er macht mir einer Scherpler oder sowas dann. Max, mach ne, ich mach, warte, ich mach, völlig vergessen was. Ach, ach, jetzt doch. Hab bei so einer Zeit auch bei Dirk zugeschaut bei Dirk. Dirk, streamed auch auf Twitch. Du kümst nicht, ne. Dirk, streamed auch auf Twitch. Max, mir noch bestimmt die Funktionen am Scherpler machen, oder? Du musst mir ihnen erklären, wie das geht. Ja, ich hab gar keine Ahnung. Playstation an. Genau. Streamed bitte. Du gehst auf Party. Du. Du erklärst es. Ich bin da ja nicht angemeldet hier mit YouTube und so, oder? Du erklärst es gerade einem, der... Ja, das geht doch gar nicht, wenn jemand... Ja, das geht doch gar nicht, wenn jemand... Ja. Schäpler und Dings geht gerade. Der Dings, ähm, noch mit Reichsmarkt. Höhöhöhöhöh. Gekandelt hat. Genau. Höhöhöhöhöhöh. Hohohoho. Kriezisch. Mit dem guten Mark im deutschen Reichsmark. Wie viel Thalak krieg ich? Ja. Deswegen. Aber Lurchi, der streamt. Da kannst du gucken. Ja, Lurchi streamt immer. Auf Twitch. Vor allem die letzte Runde musst du immer gucken bei ihm. Die ist immer so spannend. Max wollte doch auch. Lurchi streamt auf Posi. Lurchi streamt auf Posi. Ja. Wer steht ihm die Show? Hat er gewonnen? Gegen Joko. Na klar. Joghurt. Joghurt und Klaus. Ja, mein Joghurt. Einfach Joghurt. Joghurt und Taubenkacke. Na Klaus. Ja, ich guck doch einfach dann streamen. Von Marco. Auf YouTube. Von Marco, der streamt gar nicht. Ey, schreib mal einer. Ey, Marco streamst du? Streamt der jetzt ehrlich nicht? Nein. Der ist nicht da. Warum streamt der nicht, Digga? Ja, der ist doch nicht da. Ist zu Hause. Boah, Knecht. So. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr? Wie spürt? Steigen wir? Ja, los geht's. Los geht's. Wer traut sich? Ich weigere mich zu drücken. Beide gleichzeitig, Kevin. Ist der Homo da? Homo. Homo nicht da. Homo nix da. Homo heute nix da. Also ein paar Leute, die müssten... Maogo ist einer von den Nekomonger. Homo. Ey, Mahogo. Ey, das ist doch... Ey, Mahogo. Fünf Minuten. Also Leute, beim Start nach rechts an ihm vorbeiziehen. Also mal ehrlich. Hat Maogo im Huberton oder so eine andere um fünf Minuten, oder? Ohhhh. Sorry, Schio-Fresser. Sorry, Schio-Fresser. Bisschen gegen ihn gekreift? Ja. Ich hab zu viel Gas gegeben. Alter, was ich hier sehe, Junge. Ist ja geil. Also kannst du froh sein, dass Marco nicht streamt? Ne, weil sonst wird er jetzt zur Strafe. Hä? Ja, ich glaub das darf man nicht. Ach, wow Junge. Man wird doch schon aus der Einführungsru... Also... Ja, aber... Jetzt hat er kalte Reifen, ne? Volle Konzentration. Ja, das macht man eh, ja. Der hat jetzt kalte Reifen... Mit kalten Reifen startet er. Startet er nicht auf der Temperatur, wo er sie drauf gebracht hat? Mach ich nicht. Ich pack mir ein Stück mal ein Moment. Ja, ein Stück. Ja, Homo. Alter. Warte. Warte, erstmal hoge wie er da? Dann müssen wir uns jetzt nicht... Müssen wir jetzt nicht nach rechts ausweichen, die linke Seite. Ja, ich hab gesagt... Ich hab gesagt, dass er sitzt im selben Alter. Ja. Das nervt mir übelst zur Zeit. Ja, das ist wirklich schlimm. Wenn er jedes Mal nicht erreichbar ist und du den volllauern willst, Alter. Schlaf gut. Ist er das? Ja. Aber zum Rennen ist er pünktlich da, ey. Das ist... Haha, überholt. Hahaha, überholt. Ich steck mal den Haken drin, Alter. jetzt das war das letzte mal dass du mich heute überholt nein warum bist du da mal hoch und das qualifizieren weil er zu spät kam das qualifizieren sie ist qualifizieren das qualifizieren so jungs viel glück da viel pech viel pech euch außer die rum die ihr viel glück den rest das hey Ey Mahogo, mann, du baust dann nur Scheiße, Alter. Dadurch hab ich jetzt Flügel schaden. Boah, das war knapp, Herr Max. Ja, weil du Scheiße baut das, Mann. Oh, Dirk, gibt's erstmal Kevin eine mit. Ich war nur angelehnt. Richtig. Oh, wie das ganze Rennen schon wirkt. Ich muss extrem bremsen. Ja. Okay, danke, Black Breeze. So, ich mir erst mal im Max. So, ich mir erst mal im Max. Eine leichte Berührung gab's. Buben, werd mal langsamer. Oh, ich brauch die S. Uh, verbremst, weil ich nach hinten geguckt hab. Vorsicht, Hardy hat sich gedreht. Ich seh's. Oh, der ist ja. Dann ist ja, Maap. Ey, der Max, den gehst in Vabr rauen. Oh, das war es so, wie Harreman. Oh, ich verstehe. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, du bist. Oh, das war's. Oh, du bist. Oh, du bist. Oh, das war's. Oh, du bist. Oh, du bist. Vorsicht, da war Chessklotzig gedreht. Was? Ja, der macht den, der lässt mich hier nicht vorbei, Alter. Der Wichser. Der Wichser. Der Wichser kann auch nur machen. Herr Kaipel, wenn du den jetzt nicht holst, ja, ich glaube, dann müssen wir beide mal, dann hast du persönliche Probleme mit mir. Ja. Ich habe irgendwann das Problem, dass meine Reifen einsetzen. Max, das machst du gut. Weiter so. Ich schob jetzt nicht mehr. Ey, was? Oh. Jawoll, Max, jawoll. Oh, fuck. Jawoll. Danke, dass du den Perez gemacht hast. Ich habe ein bisschen zwischen euch herausgefahren. Wie viel hast du Abstand? Sehr gut. Wie viel hast du jetzt Abstand? Ne, ne, ne. Sechs Sekunden. Der hat doch keinen Schaden. Meinen eigentlich, na gut, einen Kopfschaden hat der schon, aber. Der, ich habe um die Position gekämpft, einfach. Wundert mich. Einfach, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja. Ich höre, wenn ich da eigentlich immer rüberfahre, der Geistin so gerne. Hätte ich ja doch mitfahren können. Nein. Fahrerfeld ist ja ja nicht so gut. Ach komm. Ey, Dürr, ey. Okay, hat sie ja richtig für mich. Safety Car. Macht keinen Sinn für mich. Safety Car. Macht keinen Sinn für mich. Ich hätte stoppen können, oder nein. oben du kannst ruhig reingehen ich werde auch nicht stoppen gehen okay weil macht keinen sinn für mich ich bin auf dem mediums weißt du ja da bin ich ja wieder oben da haben wir so gut ja heute doch mitfangen können der bin ich ja wieder vor kevin ich habe ich habe ja eh bis 20 uhr schlafen kevin da sehe ich mich in noch einem fight zwischen uns hat du musst dann aber wieder rein gehen wir uns holen ja meine mediums sind vier runden meine mediums sind gerade mal erst vier runden als ich halte die vier runden mehr ruhig aus der max achtet absolut kaum auf sein welcher also ich muss kurz k.i fahren lassen der die vier fünf runden halte ich mit dem mediums locker kevin welche 45 runden die deine soft zu den mediums jünger sind doch auch niemals da bist du schnell die einsacken bei einem da haben doch ein bisschen wird schon 19 prozent vorne links oder 15 das geht ja richtig klaus bei den mediums ich glaube wir müssen aus dass in lobby neustab machen das gilt noch ein klub mit ganz aus versehen mal lobby neustab machen komm ich auch noch mit zu komm ich auch noch mit zu komm ich auch noch mit zu es kommt doch nicht rein ne da hinten ist noch mercedes langsam muss aufschließen noch eine runde nacht sehr hier glaube ich zwei runden das kann auch noch sein dirk ja ich hoffe die lobby schmiert ab warum die kauf 1 und 3 einfach diese scheiß williams wirklich ich muss sie wegdrehen und mir den ersten platz sichern die sind doch eh nicht gut marcia und luca sind echt gut doch eine gute pace hier die arabien wir fahren bereit die 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 18% der Kerl. Boah, Mahlzeit. Ich höre. Mahlzeit, Team, Mahlzeit. Mahlzeit. Gute Nacht. 7-8, Gute Nacht. Der Max, der hat sich eingekackt. Das gab aber keinen Kontakt. Ich glaube, jetzt musst du reinkommen eigentlich. Was? Ich glaube, jetzt musst du aber reinkommen eigentlich. Ich glaube noch eine Runde, ich bin mir aber nicht sicher. Weil es kam ja diese... Sag ich doch. Sag ich doch. Okay. Weil jetzt sind nämlich alle aufgeschlossen. Na klar kommt es jetzt rein. Auf der Safety Car ist hier wenigstens Verlass. Und nur glaubt wegen dem Bugs. Und nur glaubt wegen dem Bugs. Und nur glaubt wegen dem Bugs. Das ist ja auch nicht so. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Das ist ein crazyer Gott, Alter. Alles klar. Oh, das war's mal mit dem Mediums. Safety car. Hochmut kommt vor dem Fall. Mann. Ich hab zu viel Gas gegeben. Naja, ich muss jetzt eh... Ich wollte noch was essen, dann... Ist klar, Max. Ich hab noch nichts gegessen, heute. Ich glaube, ganz aus Versehen Lobby Neustadt.